Wie werden wir jetzt Maddox los, Hausmeister? Wollen Sie sich Ihrer nutzlosen Ideen zuerst von der Seele reden? Ja, danke, Perry. So aus dem Stehgreif schlage ich vor. Rentiermassenflucht, Astronautenattacke, Flammenwerfer, Kronleuchter, Photoshop, vergiftetes Sushi. Entschuldigung, mit dem Vorschlag Photoshop, meinten Sie da, wir sollten mit Hilfe von Photoshop belastende Fotos fabrizieren? Nein, ich meine, wir bauen einen richtigen Photoshop. Oder eine Kette von Photoshops. Jeder von uns leitet einen. Wir lassen Zeit verstreichen. Irgendwann lässt Maddox einen Film bei uns entwickeln. Sie kommt rein, wir alle springen auf, schreien Überraschung und bringen Sie mit Billardstücken um. Gut, ich entschuldige mich gleich mal, denn es ist meine Schuld, dass wir keine Fortschritte machen. Schon gut, bin ich sauer. Gestehen wir es uns ein.